Eine uralte Ausgabe aus dem Jahr 2063, als die Katastrophe gerade losging. Jetzt haben die Leute wohl noch nicht geahmt, was wirklich auf sie zukommt. Führende Meteorologen, schwere Stürme dauern nur noch wenige Tage. Schön wär's ja gewesen. Dieser Dreckswind pfeift mir heute noch um die Ohren. Präsident mahnt zur Ruhe. Militär verhindert Plünderungen in New York. Einige Wochen konnten sie damals ja wohl für Ruhe sorgen, bis sie dann selber angefangen haben zu plündern. Flugverkehr komplett eingestellt. Verkehrsminister, Maßnahme auf acht Wochen befristet. Nach den acht Wochen waren die meisten Flughäfen hinüber, glaube ich. General Lewis lässt auf Plünderer schießen. Regierung abgetaucht. Soweit ich weiß, war das das Letzte, was man von denen gehört hat. Landesweite Papierknappheit bedroht die freie Tagespresse. Wie ich das sehe, ist das die letzte Ausgabe in diesem Stapel. Vancouver Sun, 11. Februar 2061, Toronto. Die Interessengemeinschaft Söhne der Lebenden hat im vergangenen Jahr einen Zuwachs von etwa 234.000 Mitgliedern verbuchen können. Das ist ein Plus von 83 Prozent im Vergleich zur Mitgliederanzahl des Vorjahres. Der protestantische Kirchenrat sieht diese Entwicklung als besorgniserregend an. Man befürchte religiös-fanatische Ziele mit rassistischem Einschlag in der Gruppierung. Die Söhne der Lebenden sehen sich selbst als letzte Vertreter der Menschen, die auf natürlichem Wege gezeugt wurden. Sie betrachten Klone als Abfallprodukte unserer Zivilisation. Während eine Kundgebung am vergangenen Freitag war es zu Gegendemonstrationen und Auseinandersetzungen gekommen. Schmitz, AFP 22. Januar 2062, CSTV News, 20 Uhr Guten Abend, meine Damen und Herren, dies sind die CSTV News und ich bin Linda Counter. Washington Die NASA hat am gestrigen Abend ihre Ergebnisse über die Besiedlungsvorbereitungen des Mars vorgelegt. Die letzten Arbeiten an den sogenannten Terraformern seien erfolgreich abgeschlossen. Die sechs Maschinen sollen CO2 auf dem Mars freisetzen und das Eis auf den Polen mittels Treibhauseffekt zum Schmelzen bringen. So sei schon in wenigen Jahrzehnten menschliches Leben auf dem Mars möglich. Die Terraformer werden unter äußersten Sicherheitsvorkehrungen in eigens dafür konstruierten Hallen auf dem Gebiet der NASA bleiben, bis sie am 13. Oktober diesen Jahres mit speziellen Schwerlastraumtransportern auf den Mars gebracht werden. Für die Besiedlung des noch unwirtlichen Planeten werden bereits Kauf- und Mietverträge vorbereitet, teilte ein NASA-Sprecher mit. Glasgow Etwa 16.000 Menschen sind in der vergangenen Nacht bei einem Massenselbstmord einer schottischen Sekte namens Baldurs Brüder ums Leben gekommen. Der Sektenanführer Arthur Walmington befindet sich ebenfalls unter den Opfern. Er hatte in seinen Predigten immer wieder vor der Rückkehr des alles vernichtenden Riesen Loki gewarnt. Es handelt sich dabei um einen alten nordgermanischen Weltuntergangsmythos. Der frühere Sozialhilfeempfänger war der Meinung, die Warnung vor Loki von seinen Ahnen empfangen zu haben. In diesem Jahr waren bereits die Anhänger von zwei weiteren Sekten in den Tod gegangen. Dies waren die CSTV-Nachrichten und ich bin Linda Counter. Ich gebe weiter zu Joe Harris und dem Wetter. Die Ducutainment-Soap Hölle auf Erden. Lima TV, 2.10.2062 Und sehen Sie selber, fühlen Sie selber. Jack hatte seine langjährige Lebenspartnerin Wilma mit zwei gezielten Axthieben in den Rücken er... Wir unterbrechen diese Sendung mit einer Sonderausgabe der CSTV News. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wie wir soeben erfahren, haben Mitglieder der Sekte Söhne der Lebenden sich der 6. NASA Terraformer bemächtigt. Die Maschinen standen in Houston, Texas auf dem Gelände der NASA für ihren Flug zum Mars bereit. Der Transport sollte in zwei Tagen beginnen. Zur Stunde versucht die Regierung in Washington in Verhandlungen mit Anführern der Sekte zu gehen. Ein Sprecher des Weißen Hauses ist uns jetzt zugeschaltet. Mr. Blake, was können Sie uns von Ihrer Warte aus berichten? Welche Forderungen hat die Sekte? Zurzeit noch nicht. Wir konnten leider noch keinen Kontakt zu den Führern der Söhne der Lebenden aufnehmen. Wie groß ist die Gefahr, die von den Terraformern ausgeht? Welche Konsequenzen könnten aus einem Missbrauch hier auf der Erde entstehen? Ich kann Sie beruhigen. Nach allem, was wir wissen, würde der CO2-Ausstoß durch die Terraformer keinerlei Konsequenzen nach sich ziehen. Im Übrigen ist es auch mehr als unwahrscheinlich, dass die Sekte ausreichende Kenntnisse hat, um die Maschinen zu bedienen. Hier muss ich aber doch nochmal nachfragen. Seit Jahrzehnten wird davon gesprochen, dass der reguläre CO2-Ausstoß auf der Erde eine ernsthafte Gefahr für das globale Klima darstellt. Wie ist es möglich, dass das zusätzliche CO2 aus den Terraformern keine negativen Auswirkungen hätte? Ich kann mich hier nur wiederholen. Die Regierungsabteilung für Wissenschaft und Forschung hat unmissverständlich klargemacht, dass der Effekt keinerlei Auswirkungen haben würde. Ich selbst bin leider kein Wissenschaftler. Details müssten Sie dann bitte an geeigneter Stelle erfragen. Das werden wir tun. Vielen Dank, Mr. Blake. Danke. Video-Geständnis von Rich Mickles am 14.12.2062 Bevor das alles anfing, war ich Autor. Genauer gesagt, ich habe Drehbücher geschrieben. Drehbücher für TV-Unterhaltung. Doku-Live-Shows und all sowas. Fertig mit dir war mein Drehbuch. Und dann kam Höller auf Erden. Das kennt ja jeder. Großartige Quoten hatten wir damals. Es war eine ziemlich gute Zeit für mich. Ich war auf allen Events, Partys und so weiter. Einer der gefragtesten Leute des Fernsehens. Für zwei Monate. Irgendwann kam diese Frau auf mich zu und erzählte mir von den Söhnen der Lebenden. Sue hieß sie. Und sie war eine tolle Frau. Alles an ihr war echt. Das konnte man sehen und spüren. Selbst ihre Seele. Genau wie bei mir. Sie kam auf mich zu und sagte zu mir. Du bist wie wir. Du gehörst zu uns. Da fing alles an. Ich habe dann die Initiation der Söhne der Lebenden gemacht und wurde ein anderer Mensch. Plötzlich war ich Teil einer großen Familie. Das war wunderbar. Dann hörte ich auf zu schreiben und habe angefangen, am großen Buch der Welt mitzuwirken. Wir wussten lange vor der Bekanntgabe der NASA, was los war. Wir hatten überall unsere Leute. Die Erde, so wie sie jetzt ist, befindet sich in einem Durchgangsstadium. Der tiefere Sinn wird sich noch allen Überlebenden erschließen. Die Leute werden es erkennen. Das goldene Zeitalter hat schon angefangen. Glaubt es oder lasst es bleiben. Meinetwegen könnte er mich auch umbringen. Umso schneller bin ich da, wo ich hingehöre. Patricia Wilson, 32, etwa 10 Jahre nach der Katastrophe. Ich erinnere mich noch, wie das damals war. Naja, woran man sich als Kind eben so erinnert. Ich war allein zu Hause gewesen und hatte mir heimlich die Wiederholung von Fertig mit dir auf der TV-Wand in unserem Wohnmodul angesehen. Unser Modul war ziemlich edel, glaube ich. Die beweglichen Wände zwischen den einzelnen Zimmern waren wirklich schick. Jedenfalls, es war zwei oder drei Tage nach dem Knall. Ich erinnere mich noch daran, dass das Programm unterbrochen wurde und auf der TV-Wand ein Sprecher sagte, wir müssten alle sofort nur hier ab verlassen, eine Flutwelle würde auf die Küste zuhören. Man sollte nicht in Panik geraten, zügig die Häuser verlassen und aus der Stadt verschwinden. Die öffentlichen Verkehrsmittel seien darauf vorbereitet, Menschen ohne Vehikel zu transportieren. Ich weiß noch ganz genau, wie es damals bei uns gerochen hat, denn meine Mutter kochte noch manchmal selber. Von meinen Freundinnen war mir das immer peinlich. Es hat sonst keine der anderen Mütter getan. Es war so altmodisch. Dann klingelte mein Bodyform. Meine Mom war dran und sie schrie, ich solle schnell ein paar Sachen zum Anziehen einpacken und mich fertig machen. Sie sah in zehn Minuten bei mir und würde mich mitnehmen. Es kam mir vor wie eine Ewigkeit, bis sie kam. Ich habe aus dem Fenster geschaut. Unten war überall Panik und Wasser. Ich hörte Menschen schreien. Auf einmal war Mom da. Und dann kam dieser Typ mit ihr rein. Das ist Max, sagte Mom. Er holt uns hier raus. So lernte ich ihren neuen Freund kennen, den sie die ganze Zeit versucht hatte, vor mir zu verheimlichen. Sie rannten mit mir aufs Dach und da stand ein Helikopter. Ein paar Leute waren schon eingestiegen. Eine Familie und drei Frauen, glaube ich. Als wir auf den Hubschrauber zuliefen, strahlte meine Mutter mich an und rief, Max ist Pilot. Ist das nicht toll? Als fändlich losflogen, trudelte der Helikopter zuerst ziemlich schlimm, beruhigte sich dann aber. Unten in der Stadt war ein unbeschreibliches Chaos. Max brüllte immer, verdammte Schweinenscheiße. Daran erinnere ich mich noch. Er landete das Ding in Pittsburgh oder da irgendwo in der Gegend und ließ die anderen aussteigen. Wir flogen zu dritt weiter nach Colorado. Zwei Jahre später starb meine Mutter an irgendeiner Krankheit. Ich weiß nicht mehr, welche es war. Ich bin da noch vier Jahre bei Max geblieben und, naja, wir wurden ein Paar. Das hat aber nie lange gehalten. Ein Jahr später war ich mir sicher, mich allein durchschlagen zu können. Tagebuchaufzeichnung von Harold Bain, Colorado. Elf Jahre und acht Monate nach der Katastrophe. Alle schlafen und ich schiebe Wache. Bin verdammt mies drauf heute. Und zwar mit Recht. So ein paar beschissene Chaoten haben uns heute vier Frauen geklaut. Natürlich die hübschesten. Und meine Leute haben wieder mal nichts auf die Reihe bekommen. Ich bin der Anführer von einem Haufen von Idioten. Wusste ich ja längst, aber es wird wirklich immer schlimmer. Seit Frank tot ist, muss ich hier alleine klarkommen. Frank war ein echter Lichtblick. Der hatte es drauf, aus diesem Sauhaufen das Beste rauszuholen. Und wie haben sie es ihm gedankt? Nicht mal Deckung haben sie ihm gegeben. Wir müssten hier wirklich schleunigst abhauen, das ist mir längst klar. Die Gangs in dieser Gegend sind zu stark und zu dreist. Ständig finden wir frische Leichen. Ich glaube, ich habe was für dich. Deine Dokumente. Moji Chipson, amerikanischer Schauspieler. Zum Beispiel The Final Weapon. I think I'm too old for that shit. Vermachte seinen Körper einer Stiftung für kinderweiche Familien und wurde wenig später nach seinem dritten, angeblich fanatischen Film von einigen wirklich extrem aufgebrachten Fans ans Kreuz geschlagen. Soh Soh